Du bist ein überkrasser Hurensohn. Ist das jetzt ein Kompliment oder eher eine Beleidigung? Ja, und auch bei mir gibt es haufenweise Kommentare, die es einfach mal verdient haben, kommentiert zu werden. Und ja, let's fetz. Mega gutes Video, Daumen hoch. Ja, danke, danke. Ich wünschte nur, ich könnte von dir das gleiche... Stopp! Du wirst einen auf die Schnauze! Ja, okay, okay, okay. Ja, so schlecht ist er nur auch wieder. Das muss man ja dazu sagen. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Warum hast du ein Rosa-Diedel-Freunde-Buch? Ja, okay, okay, okay. Ich habe ein Rosa-Diedel-Freunde-Buch. Aber die Frage ist nicht, warum ich ein Rosa-Diedel-Freunde-Buch habe, Joe, sondern warum hast du kein Rosa-Diedel-Freunde-Buch? Hm? Stell dir mal die Frage. Super Video! Krass, wie du dich eigentlich nie verplepperst. Ja, du hast mich ertappt. Das ist halt ein Talent von mir. Was soll ich machen? Es ist einfach so. Du weißt schon, dass die Videos, die du hier siehst, zusammengeschnitten sind, ja? Ja, ich wollte es nur mal so, nur mal so sagen, ja? So einen Kanzler brauchen wir, einen, der einfach fresh ist. Ich bin natürlich noch viel zu jung, aber sollte es irgendwann einmal dazu kommen, werde ich die Herausforderung annehmen und mich persönlich für besseren Grammatikunterricht einsetzen. Danke. Was für eine Anspreche. Ja, das seht ihr und genau das meine ich. Rauchst du? Mein Rauchen tue ich zwar nicht, aber ab und zu zünde ich mir ein Wasserpfeifchen an, weil das ist, äh, ja, schön entspannt, gechillt und lecker. Besser als so alle Kippen oder so. Nein. Du hast eine angenehme Stimme und bist lustig. Dankeschön. Das ist das erste Video, was ich von dir sehe und ich würde dich eher als krassen Schlägertyp einschätzen. Schlägertyp? Ich, ich, ein Schlägertyp? Ich hab ein rosa Freundebuch. Ich, wie, wie kommst du, wie, wie kommst du darauf? Wie, wie kommst du dich? Macht man und tut man, ja? Und dann ist man ein Schlägertyp. Sorry, ich muss mal ganz kurz. Hast du irgendwie keine Hobbys oder so? Ja, äh, Videos machen und so. Das ist, ja, das ist auch ein Hobby. Ne, also. Ja, da gibt man dir eine Wasserflasche und der denkt, er muss blasen. Haha, so geil, ey. Ja, für diejenigen, die jetzt mit dem Kombi nichts anfangen können, kommt jetzt hier der passende Ausschnitt. Und dazu. Ne, 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 komm, hör auf. Ne, das ist halt. Ich mach das gleich, okay? Na, hier, hier. Aber ich muss dafür nichts machen, niemanden einen Blasen. Ich frag mich nur grad, warum Dan das gedacht, beziehungsweise gesagt hat, als er René gesehen hat. Ja, man weiß es nicht, man munkelt nur und ohne mein Alt-Tools sag ich hier sowieso erstmal gar nichts. Und kommen wir zum Skumentiert-Kommi-Award. Viele, viele gute oder weniger gute Kommis und jetzt kühren wir den YouTuber mit den unnötigsten Kommentaren. Und nominiert sind Cooks Rules Klasse Klasse Video Gutes Video So wie Prinz Joe TV Gutes Video Gutes Video Nice Und gewonnen hat Niemand von euch. Glaubt ihr wirklich, ich vergebe für so viel Unkreativität noch einen Preis? Wer ist Spongeboss? Wer ist Spongeboss? Wer ist Spongeboss? Wer ist Spongeboss? Halt, stopp. Woher soll ich denn das jetzt wissen? Ich weiß, wer Spongeboss wirklich ist. Okay, okay, okay. Interessiert sich ja eh keiner mehr für den Lappen. Lappen? Lappen? Hä? Versteht ihr? Versteht ihr? Also um das jetzt ein für alle mal zu klären, Spongeboss ist... Das war's kommentiert und hier werde ich künftig eure Kommentare kommentieren. Deswegen schreibt weiter natürlich fleißig Kommentare und auch Fragen unter meinen Videos. Hier rechts kommt ihr jetzt außerdem zu einem Video aus meinem neuen Kanal Top10 sowie einem meiner letzten Videos. Die, die mich noch nicht abonniert haben dürfen, das jetzt hier unter mir machen, ist kostenlos. Außerdem checkt mal die Social Networks ab. Ich bin jetzt bei Twitter ein bisschen aktiver. Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, eine coole Woche. Bis nächsten Freitag. Macht's gut und bleibt sauber, Leute. Ciao. Ja, guter, 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 guter. Aber sollte es irgendwann... Für besseren Grammatikunterricht mich einsetzen, das war falsch. Und kommen wir zum... Ich bin sauer, weil es nur um unseren Einkauf geht. Also die hat angeblich gesagt, wir haben kein Obst im Haus. Aber wie man sieht, es ist Obst im Haus.